Servus und grüß euch. Herzlich willkommen zum Stand der Dinge Nummer 6. Wir haben schon Nummer 6. Ich habe euch ja versprochen, dass ich im Laufe der Zeit mit Stand der Dingen euch den aktuellen Fortschritt in meiner Kampagne und alles was sich rund um die Bundespräsidentenwahl 2022 tut, erzählen werde. Und das mache ich auch jetzt wieder. Was hat sich getan? Ich habe die Wochen auf der Wiener Maria-Hilfer-Straße im strömenden Regen meine zweite Plakatwelle präsentiert. Ja, es gibt eine zweite Welle. Wir sind inzwischen zusammengeschrumpft von neun Plakatständern auf nur noch sieben. Zwei haben leider wieder Beine bekommen, aber das ist voll okay, weil die finden jetzt sicher irgendwo ein ganz schönes Platz und hängen irgendwo hoffentlich in einem Jugendheim und finden dort viele Leute, die sich das auch gerne anschauen. Auf jeden Fall habe ich Nummer 7 und habe dann meinen Freund und oberösterreichischen Künstler Spam angerufen und gesagt, hey, jetzt reden wir darüber, das, was auf der Welle Nummer 1 zu sehen war, also die wichtigen Ideenthemen, Botschaften, Fragen, das müssen wir jetzt grafisch darstellen. Und wir haben die Kämpfe zusammengesteckt und das ist dabei herausgekommen. Das ist meine zweite Welle. Besser als irgendwas mit Heimat, Kontrolle oder holen wir sicher unser Österreich zurück. Ja, es ist ein Novum zum ersten Mal moderne Kunst auf Wahlplakaten. Ich finde die Plakate ja wunderschön. Und die Präsentation war auch lustig, weil es war wirklich, es war so schirch. Aber gut, es gibt kein schlechtes Sweater, nur schlechte Ausrüstung. Was hat sich noch getan? Am Dienstag wurde mir dann die Ehre zuteil, Armin Wolf im Zip2-Studio begrüßen zu dürfen. Ihr habt gewusst, das wird ein kniffliges Interview der Armin Wolf. Ich schätze ihn ja sehr für seine wirklich großartigen Interviews, die ich die letzten Jahre auch als Zuseher vor dem Bildschirm beobachten durfte. Und ich wusste, der wird mir nicht verschonen. Aber man wächst mit seinen Aufgaben. Und ich habe mich eingesetzt und habe mich dem gestellt. Und ja, schaut selber mal ein. Als Staatsbürger hätten Sie sich zum Beispiel in den Tagen der Ibiza-Krise bei einem Präsidenten Vlasny in souveränen Händen gefüllt. Ja. Danke Herr Wolf für das gute Interview. Ich freue mich aufs nächste. Und dann kam es dieser Woche gleich direkt aus dem Zip2-Studio-Volet zur Weiterführung der Bundesländer-Tour. Ich war ja schon in Klagenfurt, in Eisenstadt, in Linz, in Graz. Und jetzt haben wir den Westen mitgenommen. Also St. Pölten oder ganz westlich und Salzburg und Bregenz und Innsbruck. Dominik Vlasny. Dominik Vlasny. Dominik Vlasny. Dominik Vlasny. Dominik Vlasny. Ist derzeit auf Wahlkampftour durch die Landeshauptstädte. Heute war er in Bregenz. In St. Pölten. In Salzburg. In Innsbruck. Ja, jetzt habt ihr den Zusammenschnitt der ORF-Beiträge von den jeweiligen Stops gesehen. Wie rennt das an? Ich habe diesen weißen Lieferwagen dabei. Ladeklappe. Aber ich springe auf und erzähle Dinge, die ich den Menschen persönlich sagen will. Ja, viele Dinge kommen oft in Interviews zu kurz. Viele Fragen werden leider nicht gestellt. Es werden dafür andere Fragen gestellt, die auch von öffentlichem Interesse sind. Aber die wichtigen Dinge, warum ich kandidiere und wie ich das Amt auslege, das kommt oft zu kurz. Und deswegen bin ich in die Bundesländer gefahren und habe das den Leuten vor Ort erzählt. Das waren die acht Stops, die ich schon erledigt habe. Und einen letzten gibt es noch. Nächste Woche am Freitag am 7.10. um 17 Uhr. Punkt 17 Uhr. Ich bin sehr pünktlich. Mache das Gleiche auch in Wien. Es ist quasi der Abschluss dieser Wahlkampagne. So ein bisschen eine Abschlussveranstaltung. Ich glaube, so heißt es im Politsprech. Also schaut es vorbei. Freitag, der 7.10. um 17 Uhr am Steffansplatz. Ich freue mich über rege Anteilnahme. Und bis dahin, wenn ich euch dann schon gefällt habe, könnt ihr euch ja die Zeit versüßen mit etlichen Medienterminen, die diese Woche noch anstehen. Es gibt wieder lustige oder weniger lustige Diskussionsrunden, auch mit den anderen Kandidaten. Ich freue mich drauf. Alle Termine findet ihr auf www.bierpartei.eu slash my-preisident. Das finde ich eh in der Beschreibung auch. Es hat sich nicht unfähig. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, der Stand der Dinge. Servus. Wolfs 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 ist Vielen Dank.